Hallo, moin. Ja, kurzes Ankündigungsvideo, dass ich jetzt gerade auf meiner 24-Stunden-Challenge bin. Um 4 Uhr bin ich losgelaufen. Es ist jetzt kurz nach 7, glaube ich. Viertel nach 7, ja. Und ja, die Frage, warum ich jetzt heute unterwegs bin und nicht gestern, wie eigentlich angekündigt, ist die Antwort, dass ich vorgestern, nach den 27 Kilometern, als ich dann zu Hause war und meine neuen Schuhe ausgezogen habe, gesehen habe, dass ich so ein paar Druckstellen, ja Scheuerstellen an 2,10 habe. Und da habe ich mir dann gedacht, dass ich einen Tag einfach jetzt Pause mache und ja, jetzt heute am Dienstag loslaufe. So. Um 4 Uhr, wie gesagt, bin ich losgelaufen. Jetzt ist es kurz nach 7. Die ersten Kilometer sind schon geschafft. Ich stehe jetzt auch eigentlich das erste Mal gerade eine Zeit lang rum. Einmal musste ich warten an einer Ampel, die relativ lange gedauert hat und sonst könnte ich den ganzen Rest einfach durchlaufen. Das war ganz gut. Ja. So. Ich werde jetzt aber auch direkt weiterlaufen, weil ich habe mir vorgenommen, um 8 Uhr gleich einzutaufen. Und an euch eine kurze Frage. Habt ihr eventuell Lust, dass ich um 19 Uhr einen kleinen Livestream mache, wie da Stand so ist, wo ich bin? Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich freue mich, dass ihr das Video schaut. Bis später. Bis später. Bis später.